Hast du das Gefühl? Es ist Zeit für unseren ersten Schritt. Gut oder schlecht? Ja, ist auf jeden Fall gebombt. Das ist gut? Läuft. Okay, ich dachte eher schlecht. Okay, ich hab davon keine Ahnung. Tief, tief unten im Meer. Es ist so ein bisschen hexenmäßig. Ihr könnt die Pferde fertig machen. Ihr könnt die Pferde fertig machen. Ihr könnt die Pferde fertig machen. Das passt, schon keine Sorge. Piech! Okay, ähm. Ja, du fängst an. Achso, darf ich jetzt? Halt die Gusslein, dass ich aufhörte zu lachen. Das ist krass. Halt die Gusslein, dass ich aufhörte zu lachen. Halt die Klappe. War Bob der Baumeister? Lea. Du kannst auch den Satz dreimal vorlesen. Das hat der Thomas gemacht. Ich weiß nicht, ob ich angekommen bin ich da, manche nicht. Also. Wenn du heute meinst, du hast den Satz nicht gut vorgesen, kannst du dir da doch nochmal vorlesen. Okay. Darf ich jetzt anfangen? Ja, fang ruhig an. Achso. Das wird jetzt echt lustig. Ich soll besorgt klingen, okay. Okay, dann muss ich mich wieder hinscheln. Ich kann dich nur am Stehen hinscheln. Der Satz ist voll komisch. Ist eingetroffen. Der Stern ist eingetroffen. Der Stern ist eingetroffen. Es ist soweit. Es ist soweit. Nein. Diese Pferde... Na, warte. Ah, okay. Nein. Dieses Pferd ist unverkäuflich. Okay, Lea. Weiter so. Trau dich ruhig. Oh, ja. Dann mach ich nochmal. Okay, Lea. Weiter so. Trau dich ruhig. Oh, ja. Dieses Oh, ja. Das ist so komisch. Irgendwie ohne Kontext. Das erinnert mich immer an dieses Oh, yeah. So. Da bin ich jetzt erst, oder? Im Dreck landen, Rotschop. Toll, du hast mich reingeflogen. Jetzt bin ich jetzt anders sehen. Lea so und dann... Jana voll so im Muted so. Ich schaff das jetzt. Sag voll hier einen Text. Okay. Du wirst im Dreck landen, Rotschop. Gut. Einfach nur nichts sagen, gar nichts, okay? Was für ein toller Tag. Vielleicht stimmen die alten Geschichten. Ah! Ah! Das ist so. Ah. Das ist mir schaffbar. Hm. Das ist mir schaffbar. Moment. Ach, da fehlt ein Satz. Ups. Peter, sag mal. Oh, no. Was denn? Bei mir steht das nicht. Ja, ich hab auch erst mal viel... Entschuldigung beim ganzen Schreiben. So einfach mal... Oh no! Warum? Oh no! Nein, vernünftig. Wir rasen gerade los. Denkst einfach... Oh mein Gott! Oh nein! Oh no! Oh no! Was für ein toller Tag. Vielleicht stimmen die alten Geschichten. Entschuldigung. Das ist doch komisch irgendwie. Ja. Ich bin zu viel. Okay, ich probier's nochmal. Ich hoffe, das Bild war nicht zu... ...päter. Ich habe mir Gedanken um den alten Mann gemacht. Er kam mir bekannt vor. Ich habe... Oh, warte. Gruselig. Vielleicht ist es auch sein Großvater. Obwohl die Ähnlichkeit ist zu ver... Obwohl die Ähnlichkeit zu verblüffend ist. Das ist doch auch scheiße. Das ist doch auch scheiße. Warte, ich will nochmal. Das war zu klop. Da war eine zu lange Pause. Ah! Ja. Sorry, ich muss Reclan dabei machen. Sauber. Nice. Okay, zum nächsten. Okay. Okay. Okay, okay. Stopp. 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 Okay, also... Okay, also... Okay, also... Okay, aber nun... Ja, genau, Mama. Mhm. Gut. Warte. Kreative Pause. Gruselig. Mh... Merkwürdige Männer haben mich überwältigt. Nein, warte. Das war falsch. Mh... Ey. Ich reitspreche im Schnitz. Okay. Okay. Nur gruselige... Nur gruselige alte Bilder. Zeit später. Okay, es ist schon spät geworden. Wir sollten morgen weitermachen. Ach, nein, das ist nicht warm. Ach, verdammt. Warte. Ich will das drüber machen. Ach so. Schau. Der Stall ist offen. Normalerweise wäre das Teil mal n... Brrrr. Warte. Was war das? Mr. Hermann? Sollten wir den nicht Hermann nennen? Hermann? 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 Mr. Hermann? Hermann hört ein Huh? Ja. War das nicht? Horton hört ein Huh? Warte, noch ein... Nur ein Satz? Fortsetzung folgt.